Musik Der Landwirt ist auf uns zugekommen und möchte einen Stallklima-Check machen, da er immer wieder Probleme mit Hitze, Stress bei seinen Kühen hat. Oft tritt das Problem schon im Frühjahr auf. Bei einem ersten gemeinsamen Rundgang verschaffen wir uns einen Überblick über die Situation vor Ort und installieren die mobile Smartbox zur Erfassung der Stallklimaparameter. Bereits die Gebäudeausrichtung und die Bauweise haben einen Einfluss auf das Stallklima. Unser Stallklima-Check umfasst eine Messung aller Stallklimaparameter, die für das Tierwohl relevant sind. Eine Windmessung, ein Nebelversuch, Aufnahmen mit der Wärmebildkamera, um die gesamten Klimasituation im Stall detailliert erfassen zu können. Nach einer schnellen Auswertung der Kurzzeitmessung vor Ort können wir dem Landwirt die ersten Messergebnisse präsentieren und auch schon erklären. Die Analyse der Messergebnisse gibt uns Aufschluss zum Beispiel, ob Hitze, Stress droht und in welchem Bereich des Stalls dieser besonders hoch ist. In diesem Fall nicht nur in den Sommermonaten, sondern schon ab 20 Grad Außentemperatur und erhöhter Luftfeuchtigkeit. Unser langjähriges Know-how beim Klima in Außenstellen ermöglicht uns schnell, Zusammenhänge zu verstehen und Problembereiche im Stall zu lokalisieren und Empfehlungen für die Optimierung des Stallklimas zu geben. Durch den Stallklima-Check konnte ich sehen, wo mein Stall noch Schwachstellen hat. Dank der Analyse und präzisen Empfehlungen wusste ich, welches Produkt in meinem Stall am meisten gegen Hitzestress bewirken kann und somit auch gut für meine Tiere ist. Nachdem ich die neuen Lubatec Axialventilatoren eingebaut hatte, hatte ich keine Probleme mehr mit dem Thema Hitzestress. Bis zum nächsten Mal.